In Kerkermauern sitzen wir und träumen von der Freiheit, von Fahrten über Rom, Algier, von Malaga und Madeira, wir fahren über den Ozean und wir machen Rast in Rio und zappen über die Steppen dann bis runter nach Santiago. Viel stärker ist das Gitter noch als unser Freiheitstrang, doch Junge hiebt den Kopf bloß hoch, er dauert nicht mehr lang. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020